Oha, Kim Virginia zieht mit gleich zwei Ex-Lovern ins Dschungelcamp. Sie hatte nicht nur was mit Mike Heiter, sondern auch mit dem vergebenen Fabio Kness. Kim Virginia, 28, sorgt schon vor dem Dschungelcamp-Start für Aufruhr. Das Reality-TV-Sternchen geizt nicht mit ihren Reizen, verführte bei Are You The One Mike Heiter, 31. Doch er war nicht der Einzige. Kim Virginia packt aus. Bei einem Livestream im Hotel lüftete Kim ein pikantes Geheimnis. Sie war auch mit einem anderen Dschungelcamp-Bewohner in Team, Fabio Kness, 30. Er war gemeinsam mit Kim und Mike bei Are You The One. Dort lernte er seine aktuelle Freundin Daria Strelnikova, 30, kennen. Klar, dass sie ihren Liebsten nach Australien begleitet hat. Doch beim Fremdgehen versteht die ehemalige GNTM-Kandidatin keinen Spaß. Keine, die reingeht, hat die Liga, die ich habe, stellte sie bereits gegenüber der Bild klar. Was da im TV-Busch rumläuft, ist keine Konkurrenz für mich. Das weiß Fabio genau. Jamila Rove Jamila Rove Die eigentliche Ersatzkandidatin konnte mit ihrer selbstironischen Art überzeugen und sich die Dschungelkrone schnappen. Aber wie sah die 55-Jährige eigentlich vor ihren Beauty-Obs aus? Eine Ansage, die sich die selbstbewusste Kim natürlich nicht gefallen lässt. Als Retourkutsche plauderte sie aus, dass sie hinter der Are You The One Kamera mit Fabio anbandelte. Ist schon mies gelaufen, als ich da war. Da war Big Love bei Daria und Fabio, und ich habe mit Fabio immer noch rumgemacht. Und das war erst der Anfang. Kim will im Dschungelcamp noch mehr über ihre Ex-Lover Fabio und Mike auspacken. Wenn einer übertreibt, erzähle ich alles. Das kann ja heiter werden.